Mein Name ist Sebastian Sternenputzer. Meine Aufgabe ist es, die Sterne zu putzen. Ich wollte wissen, wie der Himmel bei Nacht aussieht. Dabei lerne ich Sebastian Sternenputzer kennen. Wir zusammen erleben ein großes Abenteuer. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, meine Freunde. Was geht ab? Freddy, Felix, alles gut? Ja, alles top. Herr Puffos, noch mal jetzt. Warte. Versuch mal noch. Schade. Leute, wir spielen heute eine wunderschöne Runde Partie Bowling. Runde Partie Bowling. Mittlerweile ist ein Dehner. Das bin ich. Und Freddy? Das ist der, das bin ich. Ja, nice. Leute, ich habe auch einen kleinen Preis gebacken. Und zwar habt ihr mitbekommen in dem letzten Video, dass ich einen eigenen UFO-Pokal erstellt habe, Leute. Das Ding ist handgemacht von mir. Ich habe das selber ausgeschnitten. Es war ein wahnsinniger Akt, wenn wir überhaupt auf Backweg zu bekommen. Leider... Was hast du gerade für einen Satz gesagt? Ich habe es nicht verstanden, oder? Halt in der Hand oder nicht? Halt in der Hand oder? Es war ein bisschen nervös, wir haben gleich mit zusammen gemacht. Es war wahnsinnig auf, wenn ich das Ding aus Backweg zu bekommen. Und das schmeckt sehr lecker und das kann man aber seiner Familie verschicken. Was ist denn da drauf so, weswegen die Dinger da halten? Das sieht so gelblich aus. Das ist Ei. Eiklar. Also Eigelb. Klar. War das nicht vegan? Was? Ne. Ich bin vegan unterwegs. Seit wann? Ja, ich auch. Schon sieben Jahre. Sieben Stunden. Sieben Stunden. Cool Felix, dann kannst du das Ding halt in deinen Schrank stellen. Leute. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich vor Jahrzehnten mal... Manchmal war das Licht hier, von den Jungs weg. Wir haben vor... vor Jahrzehnten hier mal. Ein Bowling-Set habe ich mir gekauft. Das ist halt nicht irgendein Bowling-Set, sondern das ist einfach hochwertig. Das sind echte Bowling-Kummel, die biegen auch ein paar Kilo. Und wir haben hier Parkett und da dachte ich, können wir einfach perfekt Bowling spielen, oder? Das ist eine tolle Idee. Ui, Alter. Das war eine schlelle Reaktion auf das Gericht. Die Kummel ist so schwer. Die Kegel... Auch... Jungen. Warte mal, sag mal, beim Fuß fallen lassen. Ahhhh! Ich war ein Prank, das ist ja nicht schwer. Ich würde sagen, wir bauen einfach mal auf. Könnt ihr die überhaupt umkicken? Mal gucken, ob das geht. Oh, oh! Das war intelligent. Du bist ja sehr stark. Das geht nicht nur um den Pokal, sondern auch um die Ehre, weißt du? Ja. Oh, yes! So, warte. Okay. Thomas, bist du in der Lage, Tabelle zu führen, wer wie viele Punkte hat? Nein. Warum nicht? Weil ich zwei Hände an der Kamera habe. Ja. Zwei Hände? Aber jeder macht für sich selber. Jeder macht für sich selber. Ja, wir haben zwei Strikes schon. Aber Jungs, gab es kurz? Hab ich schon. Kein Rebi-Video, ohne dass wenigstens einmal Klebeband zum Einsatz gekommen ist. Und deshalb, meine Freunde, werden wir heute folgendes tun. Wir werden jetzt erstmal natürlich hier die Linie machen, von der wir auswerfen, beziehungsweise Kegeln, beziehungsweise Bowls. Ja, von weit, oder? So. Ich dachte, ich soll anfangen? Du wirst anfangen. Okay, gut. Wer übertritt, kriegt direkt ein Tritt ins Gesicht. Was? Was? Wir fangen einfach an. Okay. Also. Gebt was ein? Warte. Kann schon. Wirst du noch mal üben? Okay, alles gut. Okay, 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 okay. Ja, dann machen wir mal kurz. Ja. Ja, okay, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Oh! Erster Wort, direkt mal her. Ja, noch ein Freddy. Das war auf jeden Fall nicht so stark, Alter. Versuch das nochmal. Versuch das nochmal. Da hinten waren die Ficks, die ich gerade auf deinen Kommentar gegeben habe. Sind aber leider weggenommen. Hast du gesehen? Hast du meinen Spruch gesehen? Gerade können wir so, können wir... Oh! Ich glaube, das hat niemand so richtig verschwunden. Ja, okay, würde ich machen. Ist ja auch mal rausgeschrieben. Das war beides halt komplett vorbei. Ist eigentlich dein Leben, oder? Meine Mutter hat mich rufen. Ja, das ist klar. Deine Mutter wohnt ja im Serverraum. Ja gut, dann würde ich sagen, Leute, hol ich mal ganz jetzt die Bälle wieder. Okay, Felix. Möchtest du, oder soll ich? Mhm. Ja, was denn jetzt? Ja. Sag mal, Felix. Zitronenreis oder Schokolade? Ja. Warum muss man jetzt mit dem Kackball spielen? Ja, hallo, aber Finger rein. Finger rein, ne? Nicht, dass jetzt jemand das anders macht. Ja, deswegen ja. Es geht nicht. Ja. Okay, versuch das mal. Ja, deswegen. Fumos kann sich auch schön in die Bar rein einfach. Nein. 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 Das ist nicht. Das lacht. Da lacht du gerade. Das war die Kugel und ich hätte nicht genug anlaufen. Mhm. Alles klar. Bitte sehr. Hallo. Guten Tag. Okay, Felix. Komm schon. Und? Übergetreten? Man wirft die Bollenkugeln gar nicht in der Regel. Was? Ja. Wie? Hat dein Cutter hinter der Kamera gerade mit uns gekriegt? Hä? Das ist doch kein Charakter. Kann ja gar nicht sein. Gut, machen wir mal weiter. Acht Punkte auf jeden Fall schon mal. Freddy? Ja. Now it's your time to shine. Start! Diesmal, Freddy, wirfst du mit links. Das ist ja für mich kein Klacks, das mache ich mit links. Aua, unangenehme Zeit hier. Da ist er wieder. Der Witzboi. Hat ja gerade schon so gut geklappt mit rechts, ne? Deswegen mit links. Das legst du schon wieder mit mir gerade. Halt's den Maul. Okay, Freddy? Kein Video von Reden ohne Klebeband, deshalb... Was macht er denn jetzt? So, komm mal her mit deiner rechten Hand. Die rechte Hand? Mhm, die rechte Hand kleben wir nämlich jetzt fest. Wir machen die auf deine Stirn. So, und jetzt musst du werfen, Freddy. Das wird sich ja nach einem tollen Plan. Ja, es tut weh. Das ist eine traurige Zeit, oder? Ja, ich habe auch ein bisschen was unter deiner Augenbrauen abgeschlebt. Das auch. Aber die brauchst du doch nicht mehr, oder? Nee, das ist meine Lieblingsbraue. Das ist meine Lieblingsbraue. Die Kraftbraue. Warte. Okay. Hüpp! Kommt wieder, kommt wieder, kommt wieder! Kommt noch! Vier, zwei! Wuuuh! Bestes Leben, Alter! Also, zwei Punkte für Freddy. So, Felix. Freust du dich, deine Hand endlich mal auf deinen Kopf zu tapen? Ja. Rechte Hand auf den Kopf. Bist du rechts oder links Händer? Links Händer. Alter, das stimmt nicht, Alter. Bist du nicht? Ja, danke. Okay, gönn dir. Okay. Und... Schade! Was war das nicht hier? Okay. Nur, Alter. Ja, schade, Alter. Schade! Oh, Felix, du bist gerade letzter, ne? Ja. Du bist wie beim Rennen fahren. So. Sieht irgendwie aus wie so ein neuer Modetrend aus Paris. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Das wird nix. Ja, 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 ja! Nein, nein, nein! Enttäuscht mich! Enttäuscht mich! Aber es ist gut. Es läuft gut eigentlich noch. Also, ich hab noch alle Chancen, Alter. Ich brauch einen Strike. Und dann... Wenn ihr beide nicht trefft, wenn ich alle treffe, dann hab ich auch eine Chance. Was müssen wir jetzt beim dritten Mal machen, sagst du? Jetzt, Freddy. Letzter finaler Wurf. Jetzt... Es geht um Plätzchen. Musst du den auf deinen... Ich hab Scheiße. So. Das will ich auch gar nicht. Musst du den jetzt auf deinen Fuß legen, ne? Ja. Und dann musst du... Das zählt nicht. Das zählt natürlich nicht. Dann hast du dir das eigentlich ausgedacht. Gerade eben. Jetzt gerade. Jetzt gerade. Ja, hier. Warte. Was? Oh! Ein Punkt, oder? Ja, ein Punkt. Okay. Also steht jetzt gerade eins zu zwei zu acht. Warum haben wir da jetzt einen Punkt dafür bekommen? Hä? Weil er gefangen hat, Alter. Ja, weil er gefangen hat. Ist er acht oder so? Ja, ich weiß nicht. Alter. Nur weil der Vertrauenslehrer wieder mal einfach was richtig gemacht. Gönne. Was musst du jetzt machen? Beinfolge komplett. So. Nach vorne. Zwischen beiden Beinen. Ach Mensch. Zwischen den Beinen oder zwischen den Schuhen? Zwischen den... Ha. Aber er muss nur beim... Er muss nur beim... Was? Er muss hinter der Linie bleiben. Ah, okay. Ja, aber man darf nicht nach vorne springen. Da muss man sozusagen... Hinter der Linie nach vorne springen. Ach Junge. Halt's auf. Wie hast du das denn gemacht? Ja, hat's doch noch. Alles gut. Ist ja hier... Äh... Ups. Äh... Äh... Upsi. Ja, das kann ja... Da kommt er schon an die Türe. Einmalig, du. Einmalig aufgeladen. Unglaublich. Ja, kein Video von Reden ohne Klebeband, oder? Wo ist das Klebeband? Ja, das ist alles... Alter, guck mal. Oh, jetzt. Weißt du, wenn ihr mich nicht hättet, Alter. Mich mit meinen Handwerken, das geht. Die werden verloren hier, wisst ihr? Weil das bedarf echt einer Menge, Menge handwerklicher Fertigkeit. Wie ist es aus? Ja, okay. Du musst dich jetzt einstecken, hier. Ja, hier. Da vorne, ja. Okay. Wenn du es kaputt gemacht hast... Du hast es, wenn du es kaputt gemacht hast. Nein, mit mir ging es noch. Ja. Du hast es kaputt gemacht. Was hab ich... Es ging bei mir noch. Nee, warte, das hier muss... Du hast es kaputt gemacht. Das war doch gerade dran. Du hast es kaputt gemacht. Du hast es kaputt gemacht. Ich hab das nicht kaputt... Du hast es kaputt gemacht. Aber wieso? Das war ein Gecheck vom Zuschauer. Der hat es kaputt gemacht. Du hast es kaputt gemacht. Nein. Ist runtergefallen, aber es ging noch. Das war der einzige Einwissungsgegenstand, den wir hatten. Ja. Okay, mach mal Lila. Ja, nee, das andere. Ja, so. So, und wie hat das jetzt noch festgehalten? Da. Habt ihr es einfach so da draufgelegt? Ja, es hielt ja auch ziemlich lange. Bis wir auf einmal Bowling im Flur spielen. Machen wir es so rum, oder? Ja, okay. Super, Leute. Haben wir das auf jeden Fall auch wieder geklärt? Dann würde ich sagen, Felix, du bist dran. Ja. Das Ding hält auf jeden Fall jetzt. Der ist gar nicht. Ich bin doch sowieso dran. Wir machen voll die Auf... Ja, bestimmt. Du bist dran. Ja, komm. Okay, Freddy, komm. Ich hab noch nie meine Finger so weit nach vorne bewegt. Ich geh sehr langsam, ne? Also, ich kann das gar nicht so weit, okay. Ich kann das gar nicht so weit, okay. Du bist dran. Oh, schade. Könnt ihr anfangen? Mann. Ne, könnt ihr nicht. Besten, w***er. Ja, mein ich auch. Versuch's nochmal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Das hat richtig weh an der Hand. Guck mal hier. War das cool? Ne. Okay, pass auf. Ja, ich liebe das. Oh. Oh, oh. So. Hi. Hast du heute geschissen? Hä? Deswegen bin ich auch weiter nach hinten gegangen beim Zweifeln, damit du... Ihr kommt noch! Ihr kommt! Ne! Ja! Alter. Das sind zwei Punkte sogar. Drei! Hier liegen drei! Ich hab nichts verändert. Okay, Felix. Ich bleib hier hinten liegen. Try your best. Okay. Wir sind ein bisschen Angst vor Felix, wenn er wieder ausschert und sein Acht wieder holen sich. Oh, 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 oh! Okay, vier. Du bist immerhin vor Freddy. Ey! 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 Das ist Schiebung hier. Das ist Schiebung. Das ist Schiebung. Schiebung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Mann! Oh Mann! Ja, Leute. Freddy. Ja? Du hast zwei Punkte? Ne, das stimmt gar nicht. Ich hab vier. Vier? Ja. Aber Felix hat einen extra Punkt bekommen, dass er gefangen hat. Ja, aber warte. Dafür kann ich das hier. Das. Das. Wow! Einmal mit Schlaf. Pass mal auf. Achtung. Oh Gott, nein. Ja, Leute. Scheinbar hab ich dann damit doch gewonnen. Dann doch gewonnen. Das heißt, mein eigener Fokal, meine eigene Trophäe geht einfach an mich. Ja, du musst die Scheiße selber essen. Leute, das war's von diesem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei. Felix macht gerne Videos und Freddy jongliert gerne in der Kölner Fußgängerzone. Kommt vorbei, Partner Köln. Wenn ihr das seht, dann gebt dem Tränkel. Ich hätte fast gefangen. Geil. Leute, das war das wunderschöne Video. Wenn ihr das nächste Mal Freddy seht irgendwo, dann gebt dem mal so 10 Cent oder sowas. Oder 20, 30 Euro. Bitte! Keine Klicks mehr. Dankeschön. In diesem Sinne, macht's gut. Ich weiß nochmals, was ich für den Fall Woop. Das war's, wenn es nichts mit dem Video ist. Bist du hier? Höh. Das war es nicht. Wirklich. 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 Bis zum nächsten Mal.